Stimmt, wir sind doch extra wegen den Klaus losgezogen. Die Klaus losgezogen. Keine Loks mehr. Wenn es auch nicht so Schweine-Duster wäre. Ja. Keine Loks mehr. Keine Loks mehr. Keine Loks mehr. Jetzt müssen wir bloß noch Hühner fangen. Das ist eine Goose, das kriege ich nicht da rein. Und überall Garbage. Noch eine Kuh. Schaf. Ich will nur ein paar dumme Hühner haben. Zwecks Ammo für die Pfeile. So ein Bogen, was er gesagt hat. Noch eine Kuh. Ja, ja, ja. Verpiss dich. Ich glaube, da wäre ich besser gekommen, wenn ich was für Schwänze gebaut hätte. Bleib doch mal stehen, ich krieg dich doch sowieso. So. Oh, eine Klau. Cool. Hier war dein Kumpel. Krieg mal von dem her auch eine Klau. Schön. Damit müssten wir noch fünf haben. Was finde ich? Keine Chicken. Chicken McNugget. Kühe ohne Ende, verstehst du? Was war denn das, was ich herstellen wollte, wo ich die Klaus brauchte? War das das Teil? Ne, da bräuchte ich bloß noch Loks. Könnten wir uns. Das wäre ja schon einmal ein großer Fortschritt für die Fights. Lass mal alles wegrohen hier. ? Ja. Das wäre ja schon einmal. Oh ja. Das war das war. Du musst. Du bist. Du musst du nicht. Du musst du das. Du musst du nicht. Du musst. Du kannst. Du bist du nicht. Du kannst du nicht. Du musst du nicht. Du kannst du nicht? Any knife? Ich habe keinen Knife mehr. 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 Was wollte ich denn jetzt noch? Oh, ich sollte erstmal den Chicken Crop weiterbauen, bevor ich hier überhaupt mal was... ...mich auf die Suche nach Chickens mache. Alter! Krasser Schild! Krasser Schild! Krasser Schild! Krasser Schild! Oh, ein Chicken! Krasser Schild! 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 doch mal stehen mir gefällt es doch ja ich weiß nicht was ich hier falsch mache wenn die fallen dann wenigstens noch mal verwenden könnte jetzt ist es hier irgendwo im gebüsch hin und ich saß nie für dich habe ich leider keinen stall für dich auch nicht nein für dich habe ich keinen stall ja 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 da bin ich nicht hier reingeraten Okay. Das war's für heute. Ich muss mal alles wegrotzen, was hier rumläuft. Warst du das schon? Aha. Kann es sein, dass ich erst hier auch lang gelaufen bin, wo ich vom Berg abgehauen bin. Okay.